Es ist ein Video, da steht schon eine Aufnahme. Also wir sind jetzt da in Sogross Mills, haben wir in Fort Lauderdale 400 Geschäfte. Aber es ist einfach geil, es ist einfach so geil, es ist einfach so geil, es ist einfach Hast du eine neue Halskette? Das ist meine neue Halskette, ich habe meine neue Halskette gekauft und ich habe mir jetzt noch viel mehr gekauft. Ist die nicht so geil? Aber jetzt brauche ich noch ein passendes Shirt und ein paar passende Hosen und passende Schuhe und passende Kappeln und passende... Ich höre jetzt auf, ich brauche ein paar Sachen, die noch passen. Der Markus da vorne hat eine neue Hose. Markus, zeig jetzt mal die neue Hose. Sie ist in Markus, in Markus seine neue Hose. Und sein neues Beingleid, das neue T-Shirt, das neue South Beach Florida T-Shirt. Markus, wo ist denn der Strand? Wo geht es zum Beach? Dort ist der Strand. Da geht es zum Beach. Und Yvonne hat noch gar nichts Neues, sie braucht alles nicht mehr. Sie hat noch gar nichts? Ja. Yvonne braucht eine Handtasche. Und darum sind wir jetzt in Shawcross Mills, weil da werden wir bei 400 Geschäften schon viel was finden. Geile Scheiße! Also dass wir da jetzt einer sind, wo er gearbeitet hat, da gibt es Handtaschen. Da wird einmal die Yvonne beobachten beim Handtaschen shoppen. Da gibt es zwei Reißverschlüssen, kurze Träger, super. Wenn wir das auf Ende bei 400 Geschäften, dann werden wir schauen. Da habt ihr noch eine Übersicht. Wisst ihr noch, was wo ist? Ich geh mich gar nicht mehr aus. Was? Der Kauf war schon zugeschlagen, gell? 400 Geschäfte, wer braucht das schon? Nein, 400 Geschäfte war das schon. Nein, der Kauf war schon zugeschlagen. Das ist ein Sean-Sean-Laden, das ist ein Sean-Sean-Geschäft, Leute. Die Kreditkarte glüht, ja. Jetzt haben wir aber erst das 4. oder 5. von 400. So, es ist halb 12 Uhr am Abend. Wir sind jetzt seit sicher 2 Uhr nachmittags im Shoppingcenter gewesen. Haben noch immer das halbe nicht gesehen. Und jetzt zeigt es ein paar Auswüchse vor einem Einkaufsrausch. Wir sind eigentlich komplett fertig und freuen uns jetzt nur mehr aufs Bett. Bis zum nächsten Mal.